Ich heiße Kirsten, Kirsten Bohle, und mein Clown heißt Lakritze. Und ich wohne in Bielefeld und das wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Also ich hatte eigentlich vor, da wegzugehen, schon seit sehr früher Kindheit, wollte ich in die weite Welt und dann habe ich mit der Clownsarbeit angefangen, 2002. Und jetzt ist dieser Gedanke völlig verschwunden, weil man dabei schon so viel erleben kann, dass man gar nicht mehr weg muss. Ich habe eine theaterpädagogische Ausbildung gemacht und danach dachten wir mit einigen Leuten, dass das eine schöne Idee wäre. Wir waren sehr naiv, also wir haben einfach so angefangen. Wir haben uns ausbilden lassen und zumindest ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Wir haben einfach mal angefangen. und dann nach und nach erst gemerkt, was das alles bedeutet. Also in was für Bereiche man da reinkommt, in was für Situationen. Wir spielen im Hospiz und in Palliativstationen und mit behinderten Menschen, neben der Kinderklinik und Seniorenheimen. Also wir sind in sehr vielen Bereichen und wir haben immer mehr entdeckt, was das alles für eine Tiefe hat. Und darüber bin ich sehr froh. Ja, wir sind ein Verein, Dr. Clown. Uns gibt es seit 13 Jahren jetzt. Und wir sind zwölf Clowns. In letzter Zeit spielen wir auch bei Flüchtlingen. Also wir haben jetzt einmal in einer Erstaufnahmeeinrichtung gespielt, neulich. Und da, also wir haben ein kleines Stück entwickelt, eine Kollegin und ich. Wir haben ein kleines Stück entwickelt für Flüchtlingskinder. Und wir haben in einer Erstaufnahmeeinrichtung gespielt. Und zwei Monate später war ich bei einem Winterfest für geflüchtete Menschen in Bielefeld. Aber auch alle Bielefelder waren eingeladen. Und da kamen dann ein paar Kinder zu mir und riefen, la critze, la critze. Und ich war da in Zivil. Ich war da nicht als Clown. Und ich wusste nicht mehr, woher ich die kannte. Und dachte, naja, wahrscheinlich aus dem Krankenhaus. Und dann sagten sie aber, Örlinghausen, Örlinghausen. Und dann wurde mir klar, die haben mich wiedererkannt. Und das fand ich so berührend. Die fragten dann auch nach meiner Kollegin Maggie. Und ich verstehe es immer noch nicht, dass die mich wirklich wiedererkannt haben. Und die waren so glücklich. Also die sind mir um den Hals gefallen. Und wir haben jetzt viele Fotos gemacht. Und die haben Sachen wiederholt, die wir da gemacht haben in unserem Stück. Und seitdem ist mir noch mal mehr klar geworden, dass das eine nachhaltige Arbeit ist. Und dass Kinder viel mehr wahrnehmen, als wir vielleicht glauben. Also ich glaube, dass die sehr, sehr viel wahrnehmen und auch viel speichern. Und dass da viel passieren kann durch diese Arbeit. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, das ist ein bisschen.